... hat, dass er einfach den Ball auch mal im Spiel halten kann, aber in den Jugendzeiten hat, wo er wirklich gut gespielt hat. Und jetzt hat er wirklich für die Bilanz in der Champions League-Double, also das ist wirklich erstaunlich. ... sagen der beste Franzose, der so weltweit aktuell rumläuft im T-Stennis. Ein Ohren hat gegen Bastian Steger, den Deutschen, bei Bad Königshofen in der Bundesliga. Er war ein bisschen überraschend, dass er da schon tolle Spiele gemacht hat, bei den Weltmeisterschaften. Mit der Rückhand, wie auch mit der Vorhandspiel, hat ein bisschen Probleme im kurzen Spiel über dem Tisch, aber mit viel Gefühl aus. Den hier gerade. Der kommt, wow. Ja, einmal die berühmte Ballonabwehr gesehen. Das ist natürlich schon aus Sicht des Schweden ein dickes Brett, was er da bohren muss, um diesen Satz vielleicht noch zu drehen. 7 zu 3 jetzt. Schon lange in Ochsenhausen kam 2013 aus Levalois. Auch eine bekannte Größe im Tisch. Er hat sich damit sehr deutlich höher platziert als Kellberg. Aber klar ist eins, wer doch so weit oben steht wie der Weltrangliste, kann auf jeden Fall kein schlechter Tischtennisspieler sein. Dann auch nach dem 1 zu 7. Jetzt ist er komplett im Spiel drin. Sieben beide. Und ist sehr, sehr schnell an das 7-7 jetzt rangekommen. Langer Aufschlag, guter, langer Aufschlag von Simon Grosé. Bei ihm, aber das macht er wirklich exzellent. Und wenn einer in der Champions League im Turnier komplett umgeschlagen bleibt und am Ende der 23-jährige Stockholmer Anton Kälber. Also 11 zu 8, das ging dann doch recht süß. Aber es ist natürlich auch nicht immer die Stärke von Simon Grosé. Aber also muss er jetzt seine Erfahrung dann auch ausspielen und hoffentlich dann auch Ochsenhausen dann auch wieder zurückzubringen. Sensationell ist schon zum 2 zu 0. Wieder ein guter Start. 3 zu 0 jetzt. Die Bayern, die immer zurückliegen müssen. Die gewinnen ja nicht immer. Die gewinnen. Und die hakenspiele schnell ab. Die haben so viele wichtige Spiele gemacht mit Selbstvertrauen. Und er ist ausgestattet mit wirklich vielen, vielen Kämpfen dann für die Nationalmannschaft, aber auch für die Bayern. Jörg, vielleicht noch einmal ganz kurz zwischendurch. Wir reden ja mittlerweile beim Tischtennis nicht mehr vom Spiel. Ändert im Spiel statt Zelluloid jetzt Plastik. Der große Unterschied ist die, also es ist weniger Rotation drin im Aufschlag, im Topspin. Und deswegen kommt auch weniger Rotation drin. Und da muss man halt versuchen, dann den Ball doch vielleicht auch ein bisschen fester zu spielen. Ja, das war zum Beispiel, eigentlich war es ein einfacher Fehler, den er gemacht hat. Und da sieht man einfach, dass die Möglichkeiten doch jetzt viel einfacher sind mit diesem Ball. Und dann hat man gesagt, okay, man stellt auf Plastik um. Und dann hat man wirklich ein anderer. Aber schön, dass du uns das nochmal erklärt hast, weil das fragt sich, es schaut doch schon der ein oder andere, der gelesen hat. Hoppla, hat man näher gebracht. 10 zu 3 jetzt für Gossi. Na, den wird er wohl sich nicht mehr nehmen lassen. Dann gehen wir mal davon aus, aufzubauen beim Franzosen. Gerade nach diesem doch für ihn schwierigen ersten Durchgang. Also, 11 zu 4. Und weiter geht's zwischen Anton Kellberg und Simon Gossi, dem 2. Und das heißt, Ochsenhausen liegt 0 zu 2 in der Gesamtwertung, sozusagen hinten. 1 zu 1 der Spielstand in diesem Match. Ja, Anton Kellberg, also, der hat auch eine Beziehung zu Ochsenhausen. Der ist nämlich sozusagen ausgebildet worden an diesem Unterwegs. Was hältst du eigentlich von dieser Marschroute auch in Ochsenhausen, dass die sagen, wir bilden vor allem junge Spiele? Also, es ist scheinbar so ein bisschen eine Mischung auch, ne? Ja, auch Calderano war früh dort gewesen. Also, im Endeffekt ist es so, dass man hier in Deutschland haben ja auch das System, das wir im Deutsch-Dichternis-Zentrum in Düsseldorf die Spieler haben. Und deswegen ist es da natürlich einen Tick einfacher, dann auch junge Spieler nach vorne zu bringen. Aber sie machen tolle Arbeit und haben da jetzt mit Gossi einen, der schon länger dort spielt, der ein bisschen der Leader der Mannschaft ist. Und jetzt versuchen sie das mit jungen Spielern weiterhin zu machen. Sie haben auch viele junge Spieler dann im College drin. Und ja, es ist eine gute Alternative. Und da hat man natürlich die Möglichkeit, auch dann vielleicht einen Tick billiger die Spieler zu bekommen, die man natürlich dann auch schon längere Zeit ausgebildet hat, langfristig mit ihnen zu arbeiten und nicht nach einem Jahr oder zwei Jahren sofort wieder in der Mannschaft zu wechseln. In der Bundesliga in dieser Saison, sie haben einen jungen Polen geholt mit wirklich tolle Talente, die sie da haben in Ochsenhausen. Aber jetzt ist der Routinier sozusagen gefordert. Jetzt ist es beide wichtige zwei Aufschläge jetzt von Anton. Kurz, kurz. Das ist die Chance für Gossi. Toller Ballwechsel. Tocks und Topspin. Kellberg. Der mit 7 zu 6. Knapp vorne jetzt. Jetzt die zwei Aufschläge für Simon Gossi. Das ist Gossi sofort. Führt jetzt 9 zu 7. 10 zu 7. Er liest jetzt gut die Aufschläge. Er liest Gossi echt gut. Jetzt kommt wieder der lange Aufschlag, den er jetzt öfters gespielt hat. Oh, da ist viel Schnitt drin. Das habe ich schon gesehen. Sensationeller Ball von Gossi, der sich hier tatsächlich diesen Satz holt mit einem wirklich spektakulären letzten Punkt. Diese 2 zu 1 Satzführung für Gossi, der aufschlägt. Der Mann im dunklen Trikot hinten von TTS Liebherr Ochsenhausen. Im Spiel gegen den Düsseldorfer, gegen Hans Karlsson, gegen den Topmann von Ochsenhausen, Hugo Calderano und Timo Boll. Kellberg 3 zu 0 vorne. Ich glaube, offene Geschichte jetzt zwischen den beiden. Man sieht es auch. Die Spieler hat es übernommen und ein toller Manager. Immer ruhig, immer sehr sachlich. Und Gossi gegen Kellberg. Natürlich jetzt für dich entscheiden. Und Ochsenhausen weiß, holt Gossi dieses Match, gewinnt er den Punkt. Dann ist das nächste Match Karl Dardano gegen die Punkte zum 7-3 jetzt. Und das ist Wieschlag und vor allen Dingen seine starke Vorhand. Gossi ist sicherlich auf der Rückhand. Und dann fliegt der Ball rein und dann fliegt der Ball auch mit bis zu 120 Stundenkilometer. Da ist keine Chance mehr für Anton Kölber. Von Anton. Den gesamten Kampf hier im Pokalfinal. Er arbeitet wie verrückt. Verrückte Spieler im Training. Hat das der Trainer gerne, oder? Welche, die man bremsen muss. Ja, das ist auch gut. Und Benekin Duda, der muss... Bei Aufschlag jetzt kann den Simon Gossi unter Druck setzen. Das ist auch schon in der Bundesliga bestritten. Gegen Fegel zum Beispiel aus Berg-Neustadt. Gegen eine überragende Bilanz. 14 zu 1 von Kellberg in der Liga. Aber auch Gossi steht wieder an 15 zu 3. Also parallel provates Mittel, um Punkte zu machen. Wieder ein langer Ball von Anton Kölber. Man merkt, der hat immer mehr Selbstbewusstsein getankt sozusagen. Ein wichtiger Punkt jetzt. Kann ein großer Vorsprung sein mit 4 Punkten oder 2. Einfache Punkte nach seinem Aufschlag bekommen. Was bekommt er jetzt? Wieder die Chance. Gut zurückgeholt von Anton. Anton Kölbergs Aufschlag öfters auch mal den Schupf mit einbauen. Bin ich mal gespannt, ob er das macht. Aber es kann natürlich auch der lange Aufschlag kommen von Anton. Jetzt ist der lange Aufschlag. Das ist ihm speziell jetzt im fünften Satz. Sollte er das wissen. Noch mal ein langer Aufschlag. Das war kein Schläger hätte. Hat den Ball einfach nicht getroffen. Sich schlecht bewegt da. Kleinen Schritt mehr und da ist er am Ball gemacht. Dann bringt ihn ins Spiel. Perfekt, die spielt jetzt die Vorhabe. Boah, ein bisschen Glückbau dabei. Ein Matchball noch für Giosi. Lokalsieger 2021. Sehr starkes Spiel von Simon Kölberg. Der Aufschlag war gut platziert, aber der erste Topsteam von Simon Kölberg war so flach über das Netz. Extrem flach. Unmöglich zu spielen für Anton Kölberg. Nächster Matchball für Simon Kölberg. Er muss bereit sein, vielleicht für den langen Rückschlag. Und dann ist es soweit. Die Faust geht raus von Simon Kölberg. Die Faust geht raus.